Ich begrüße Sie sehr herzlich zum 10. Roten Platz. Willkommen. Gerne würde ich über das mal hier reden, was uns alle bewegen sollte und könnte. Ich muss aber immer über Kriege und die Verhinderung von Kriegen sprechen. Schon wieder klopft ein großer Weltkrieg an die Tür. Menschen in aller Welt haben Angst. Auch in Deutschland haben Menschen Ängste vor dem nächsten Krieg. Die USA bedroht Syrien und die USA bedroht Russland. Was ist das für eine Welt, wo sich Staaten aller möglichen politischen Richtungen das Recht herausnehmen, in Syrien mit Gewalt vorzugehen? Was hat die Türkei in Syrien zu suchen? Das ist ein Nachbarland, Schluss. Was hat die USA in Syrien zu suchen, die den syrischen Präsidenten abstrafen will? Was haben Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, in Syrien zu suchen? Wer gibt Israel das Recht, über 100 Luftangriffe bereits auf Syrien geflogen zu haben? Das gefährdet im Übrigen auch die israelische Sicherheit, die Sicherheit im ganzen Nahen Osten. Wer gibt Deutschland das Recht, seiner völkerrechtswidrigen Luftüberwachung in Syrien, wo die Ergebnisse dann bei den kriegsführenden Mächten landen? Keiner hat dieses Recht. Und jetzt besteht die Gefahr, dass über einen angeblichen Giftgasangriff, für den Assad und Putin verantwortlich gemacht werden, direkt die USA und Russland aufeinandertreffen. Das wäre ein ganz großer Krieg, ein Weltkrieg, und der muss verändert werden. Was kann man tun? Die Frage stelle ich mir, die stellen Sie sich mit Sicherheit. 80 Prozent der befragten Menschen in Deutschland wollen keine militärische Aktion. Die erste Sache, was man tun kann, ist, glauben Sie bitte den Lügen nicht. Es wird gelogen, dass Assad und Russland für den Chemieangriff, wenn er dann so stattgefunden hat, verantwortlich sind. Es wird gelogen, dass sich die Balken biegen und dass einige historische Bilder wieder in den Kopf kommen. Erinnern Sie sich daran, wie die Welt in den Irakkrieg gelogen worden ist? Eine Million Menschen haben diese Lüge mit ihrem Leben bezahlt. Erinnern Sie sich an die Bilder von Conan Powell, den damaligen US-Außenminister, hilflos im Weltsicherheitsrat rumtappen und zu sagen, aber auch die Geheimdienste haben alle gesagt. Heute tappt dieser Macron, dieser geschniegelte Staatschef Frankreichs rum und sagt, ich weiß, was war. Russland ist verantwortlich. Wer weiß das? Sache. Fucken auf den Tisch und nicht unter den Tisch. Was ist mit Theresa May, die in den Fußstapfen von Tony Blair tritt, der den Irakkrieg hoch mit zu verantworten hat? Und ehrlich gesagt, da ist mir die deutsche Bundeskanzlerin ein Stück weit angenehmer, die in den Fußstapfen von Gerd Schröder versucht zu tappen. Schröder hat mit der Mitteilung, wir machen beim Irakkrieg nicht mit, immerhin mal eine Wahl gewonnen. Das kann Merkel ansporn, selbiges zu tun. Ihre Mitteilung, wir werden uns militärisch nicht beteiligen, hat einen Sinn. Und was ist das für ein Außenminister? Die GroKo, die große Koalition, ein Sozialdemokrat, der nicht in die Fußstapfen von Gerd Schröder tappen will, wir machen nicht mit, sondern der den USA nochmal die uneingeschränkte Solidarität versichert, der nach Frankreich und Großbritannien das Signal ergibt, Deutschland wird euch nicht alleine lassen. Das ist der falsche Weg. Der Weg führt in den Krieg. Und eine neue sozialdemokratische Mitverantwortung für einen Krieg sollte von allen, die die GroKo bekämpft haben, auch bekämpft werden. Ich bitte Sie sehr, glauben Sie den Lügen nicht, fordern Sie immer Aufklärung, Fakten auf den Tisch, dann kann man über Fakten reden. Wieso plötzlich angebliche Giftgasanschläge in Großbritannien, wieso angebliche Giftgaseingriffe in Syrien, wo Assad den Kriegmilitär schon zu 99 Prozent gewonnen hat. Es kommt zu allen keine Logik rein und es liegen keine Beweise auf dem Tisch. Und wer jetzt abstrafen will, der steuert die Länder in einen Krieg und das muss verhindert werden. Ich sage das auch vor einem moralischen Hintergrund. Giftgas und Chemiewaffen sind in Deutschland erfunden worden. Mit Giftgas und Chemiewaffen hat Deutschland den Ersten Weltkrieg hergeführt. Mit über einer Million Toten. Ein Land, von dem Chemiewaffen und Giftgas ausgegangen sind, hat eine moralische Verpflichtung zu sagen, wir werden alle Massenvernichtungswaffen ablehnen. Wir wollen, dass sie verschwinden vom europäischen Territorium. Giftgas, Chemiewaffen und Atomwaffen. Das muss dazu gesagt werden. Man kann also viel tun, wenn man der Regierung auf die Finger klopft, wenn man sich nicht auf Frau Merkel, Herrn Maas oder sonst wen verlässt, sondern wenn uns klar ist, wir müssen auf der Straße zeigen, dass wir nicht hinnehmen werden, dass ein Land wie Syrien so maßlos geschunden wird, dass eine Weltgemeinschaft so unangenehm, so brutal von einem amerikanischen Präsidenten schon beleidigt wird, in den Krieg getrieben wird. Und wir müssen deutlich machen, unsere Solidarität mit Frankreich, mit Großbritannien, unsere Solidarität in Europa hat nichts mit Kriegen und Aufrüstung zu tun, sondern wir wollen mit der Friedensbewegung in diesen Ländern zusammenarbeiten. Ich würde mich freuen, mit den französischen Friedensfreundinnen und Freunden zusammen, mit den britischen Friedensfreundinnen und Freunden zusammen, mit Jeremy Corbyn und anderen auf den Straßen ein Nein zu einem großen Krieg deutlich zu machen. Das ist die Botschaft des Roten Platzes und das Nein zum Krieg fängt mit einem Nein zur Lüge an. Wir sehen uns auf dem nächsten Roten Platz. Vielleicht kann das Thema mal ein schöneres werden, wie das, was wir jetzt gehabt haben. Und dann sehen uns auf dem nächsten Roten Platz.